Lili Becker, 46, und ihr Sohn Amadeus, 12, haben wohl etwas Ablenkung nötig. Denn Ende April dieses Jahres entschied ein Londoner Gericht, dass die Tennislegende Boris Becker, 54, für zweieinhalb Jahre wegen Insolvenzverschleppung ins Gefängnis muss. Das war für alle Kinder des einstigen Sportlers natürlich ein Schock, doch vor allem dem jüngsten Sprössling fiele schwer. Umso schöner ist es nun zu sehen, dass Amadeus Zeit mit seiner Mutter Lili verbringt, denn die beiden wurden bei einem Bootsausflug gesichtet. Paparazzi-Bilder zeigen Mama und Sohn während ihres Ibiza-Urlaubs, als sie gerade auf einem Boot über das Meer schaukelten. Dabei sieht man den Zwölfjährigen in einer grünen Badeshorz auf dem Deck, während Lili eine Kopfbedeckung mit Leomuster sowie einen schwarz-weiß gestreiften Badeanzug trug und sich dazu ein Handtuch um den Bauch gewickelt hat.